so und wir sind zurück zum spiel 2 zwischen god slotha 2 und 0 plus 4 in der gruppenphase der ersten von wir haben hier gruppen aus jeweils fünf teams die einmal gegen sich alle spielen müssen dementsprechend vier spiele vier tage sonntag nächsten samstag und sonntag und nächsten samstag und dann werden wir eine reihenfolge haben von der die besten zwei jeder gruppe dann in die playoffs kommen die dann dementsprechend aus acht teams bestehen und um den ersten platz kämpfen dann schauen wir mal wie das mit dem ersten platz aussieht die bands sind exakt so wie das letzte team nur dieses mal pickt tatsächlich pugna und litch von 0 plus 4 wo gods 2 gods 2 nein gods mit dem tight hunter als first pick gehen ziemlich sicher ja zeit hat da kann man nie wirklich falsch machen außerdem es ist ein riesiger abschreckungsfaktor die ravage und da hat man doch einige auch einige strategische vorteile wenn die ravage ab ist ist halt teamfels nicht so einfach und der gegner muss sich halt auch den heimler merken weil sonst kann ziemlich schnell probleme geraten und naga naga gaming das wird ein paar stunden dauern diesmal also gods auf der seite mit ok wir müssen auch für das radiance sparen das hat letztens spiel für 0 plus 4 nicht so gut funktioniert radiance hatte dann die spekte langsam aber dann waren sie schon zwei rex zurück die frage ist hier ob es für gott besser funktioniert aber diesmal haben gotts halt auch den aoe um zu feiten naga siren mit riptide und ravage ist durchaus möglich da zu feiten und einige heroes down zu bürsten in der zeit besonders ja pugna könnte vielleicht also wird auf bkb gehen aber das wird hat auch erst mal dauern und den punkten bkb first geht und sonst noch gar keine chance weil pugna ja würde gerne das eigenes schon haben aber es ist halt auch die die frage ob pugna jetzt in diesem spiel so viel quasi gefeatet wird wie im letzten spiel und ob gotts den farm vorteil im letzten spiel durch überlegende lanes hatten dieses spiel auch durchbekommen naga kann in der mitte gespielt werden kann aber auch selten gehen halt eine wird auf die offenen gehen daher sind die lands hier auf jeden fall fester als beim letzten mal wo sie zugeben ja perfekter für gotts nicht laufen hätten können nicht unbedingt formen wie sie liefen sondern halt wie die lanes aufgebaut waren weil das hat einfach ein krasser vorteil gott werden die weiber eventuell noch die den razor für 4 die erst mal wieder mit der engine operation gehen und eventuell hier ein bisschen noch was für teamfight gehen sollen weil das wäre die andere möglichkeit die gotts noch hätten es braucht naga und enigma picken und disruptor picken ihre eine möglichkeit aber ich weiß nicht ob man das überhaupt noch spielen kann jetzt mit dem jacquero bahn ist es wahrscheinlich von raus es sei denn sie wollen sie halt einfach nur verwirren aber das glaube ich eher nicht jacquero wäre glaube ich jacquero oder disruptor wäre doch ein relativ starker core support in so einer teamfight strategy und razor wird von 0 plus 4 natürlich gewandt na gut einfach als möglichkeit wenn sie den naga safe landen wollen was durchaus eine möglichkeit wäre allerdings ich bin mir nicht ganz sicher also die meisten nagas werden im dick spielt dementsprechend habe ich so das gefühl dass es das schon sinn hat aber hauptsächlich wenn sie hat in der mitte gespielt weil sie dort viel bekommen und nicht so einfach gegangt werden kann und man kann dann immer noch einen zweiten carry fahren das ist natürlich der vorteil der mitte bei der naga ist es zwar auch so dass sie früher das radiance kommt desto besser ist es aber naja die naga in der mitte ist da durchaus ist nicht so viel unterschied da jetzt kommt natürlich auch auf den offline an titan da könnt ihr durchaus mitreden dann raser auch aber keine ahnung andere dinge vielleicht nicht naja sie es hier müssen jetzt mal gucken der wollte es sich noch drin von daher könnten sie jetzt einfach wollte mit doctor das komplette mir auch taktik von gods wiederholen was die tisch funktionieren könnte aber hier nicht mehr so mächtig ist denn naga siren sleep sollte die chrono komplett außer kraft setzen und dann ist es halt so eine sache und deshalb gehen sie mit dem schaden und vielleicht ein bisschen mehr push oder schaden habe ich letzte woche schon gesehen aber ansonsten relativ selten hat sich nicht so viel verändert einem hero aber halt am meter das weniger auf push gegangen ist aber wenn sie jetzt hier push potenzial haben es ist natürlich ein ziemlich guter pick wenn sie mit pick gehen wollen und da kommt direkt der anti-push mit einem kottel naga kottel ist durchaus ziemlich cool weil naga schon ganz gut split pushen kann und sie sind doch sehr mobil sind außerdem kottel ist und cooler hero kottel könnten sie sogar eventuell in der mitte spielen ist möglich ist dann halt quasi das äquivalent zum wisp 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 naga und wieder ogre major das heißt shadows haben core in der mitte das oder ein ogre major offline und major offline sollte komplett zerstört werden einfach weil kottel und naga den komplett rausperren können habe ich so das dumpfe gefühl klar region ist da aber ja dann stecken ständig hinten stehen muss um naja zu regeln ist es hat auch nicht so tolle also entweder sehen wir hier in korsche oder scharmen oder ein ogre major offline beides ja relativ interessant wo manche offline vielleicht nicht aber shadow schaden ist immer ziemlich cool zu sehen eventuell punkten dass er für einen schaden mitte oder umgekehrt oder irgendwas ganz langweiliges mit offline oder sowas kann natürlich auch passieren ja ja tja tja andere kombos den verteidender ravage mit illuminate und naga siren riptide kann auch ist auf jeden fall verdammt mächtig und kann man eigentlich nicht unterschätzen teamfight lineup ist 0 plus 4 durchaus potent allerdings glaube ich zu langsam wird es doch in favor of gods hier die einige ultis damit bringen die durchaus hart sind besonders wenn so dinge kommen wie naga sleep und dann illuminate aufladen und dann sleep aus ravage illuminate und venomancer ulti und dann gegen pukner litsch shadow schaden ogre major fallen halt quasi direkt alle um richtig swishy heroes aber die haben auch einen durchaus einen potenten damage output und venomancer kottel sind jetzt auch nicht so ganz bekannt für ihre lebenspunkte und naga auch nicht genau wenn sie noch medusa reingestellt hätten wäre auch übel medusa der bann und natürlich auch basis void der bann ich kann nicht verstehen aber ich hätte also gut klar das problem ist dass wenn naga siren core es ist hier halt auch hauptsächlich vorne und wenn naga sein von besichtigen so gespielt wird dass sie unbedingt nicht in der chrono stehen darauf dann ist sie halt so weit hinten um impact zu haben von daher ist der void band doch eher sicherer und gyrocopter als letztes ich frage mich so ein bisschen wo die kontrolle her kommen soll ich habe es jetzt seine wards gyrocopter macht seinen call down und pukner fängt den live train an und gods werden zurückgehen alles wird verpuffen und dann gehen sie wieder rein so könnte das durch das laufen und das ja klingt nicht so tolle hier für für sie plus vier also teamfeld mäßig wird es schwierig wenn es besichtigen von gods stimmt andererseits umgekehrt natürlich auch wenn der song nicht alle trifft oder wenn einfach der tight hat dann nicht so perfekt damit drin ist und kontrollt wird fast schon doch gut durchaus können außerdem haben können wir den nether wart halt durchaus nicht ausschließen und es lag jetzt lag wird auf jeden fall hier die probleme machen haben sie jetzt auf einmal gegen potenzial was hier auspacken können ja der big angst kam also somit die strat von gods hier druck zu machen mit dem slug naga ihr radians farmen lassen und dann naga ihr ding machen lassen und wenn sie feiten wollen können sie durchaus feiten bei gotts bei zero plus vier jero copter fett werden lassen und halt auch früh schon pushen natürlich auch gut aber die frage ist halt inwieweit das gut ist hier in naja in so einem kottel rein zu pushen und wenn du menschen was auch relativ schwierig da noch mit schluss zu kommen also gut auf der seite von gods haben wir mcloven und die weg die wieder die sports spielen mit dem venomancer und dem keep of the light der letzte mal auf solo offlane bzw safelane war geht jetzt auch auf die offline also der solospieler von den gods geht hier auf dem titaner gogo die naga siren mit einem smoke ok als den smog bekommen ja nicht sicher und ein smog wieder hiervon ok matschiene in der mitte auf dem slug tatsächlich und naga siren safelane und mal gespannt ob jetzt hier zero plus vier der smog diesmal in den wald erfolgreich wird es sieht so ein bisschen so aus könnte hier sehr knapp werden ob sie das hier sehen jetzt sehen sie dann eben geklickt und das könnte so festblatt sein hier es ist definitiv von der firstblatt zero kriegt den kill hier in dem schluss haben als blast als erstes und da haben sie definitiv nicht aufgepasst haben sie definitiv nicht mitgerechnet die level 1 ist schon raus hälfte noch an mana und eine grösse freiland eventuell eine grösse freiland mit zero auf dem schluss haben spidey auf dem gyrocopter und tmg auf dem lich und jetzt würde ich das sage es ist natürlich recht schon falsch denn sie wird in die mitte gehen mit dem schluss haben und leschrak und osiris gehen hier auf die toplane um et ein bisschen zu harassen ja mal gespannt du lenz wie das so laufen wird den wies rohne mal wieder auf dem ogre könnte hier durchaus den impact machen da kann auch nichts gespielt hat auch drei gepulte tangos wenn ihn versuchen dann zu machen und zwar soweit dass der ogre einen impact haben kann jetzt kommt es dann pounce wird geskillt wird weggepounced und fertig ist die sache haben ein bisschen druck gemacht durchaus und schon direkt den slag aushalten was doch ein richtiges größeres problem einfach ist weil shadows haben doch in der mitte zum harrison halt durchaus fett ist jetzt möchte ich das sage gyrocopter geht hier unten da und das ist bitter netz geworfen nächste gale landete auch und dann kam der koppelblast besiegelte das schicksal weiter sollte hier oben eigentlich okay sein und nicht so viel was nicht aufleiten kann hat auch die meisten cs tatsächlich hier oben gerade ein bisschen am farmen mal wieder tja und slag hat bald keine region mehr da musst du halt aufpassen und shadow shaman hat noch einiges an mana und macht einiges an brützel hier da ist brützel vor dem level ab ein bisschen ineffizient aber dann kommt raus tight hunter hat aber danach halt kein damage mehr und farm her ist halt durchaus die top lane relativ even tatsächlich die frage wie lange noch in der mitte sieht es ähnlich aus lag und scheinen farmen und könnten sich gegenseitig umbringen der bottom lane hat tatsächlich der gyrocopter schon einen death in seinem namen was nicht so gut ist was halt interessant hat sich ist das ist ein schein und kore veno sein wird naja ist ein gutes first ist ein support nager und venomancer wird hier gefarmt bin ich tatsächlich nicht von ausgegangen dass das hier der fall ist dann versuchen hier städtisch haben zu gehen aber relativ ineffizient hier doch ein bisschen zu weit hinten und sie sagt nee lass mal lieber sein der wraparound ist ein bisschen zu früh damit immer schon auf kottel wäre nice aber level 1 noch auch hier unbedingt levels dann hier genau wird hier den stecken sehr zurückhaltend dass sie den poli ablagt obwohl hat hier die linie ist ich glaube hier aber naja sicher ist sicher ne und jetzt mit der bottle auf dem slag sollte eigentlich slag auch in der mitte okay sein gegen das ganze harris und das geht weiter trein ist wieder online auf der bottom lane aber sie haben heute schon gesehen ok mit lich bringt diese treine unten nicht so viel von daher kommen sie durchaus das öfteren mal um hier die frage ist halt auch wer von den beiden die überhand auf der anderen auf der mit land bekommt denn das können beide sein sowohl slag der müssen overextended sein als auch hier der städtisch haben der schäcke für sicher hält und dann einfach mal direkt ein purge vom dark pack kommt kann halt beides dinge sein die mal schnell passieren können außerdem in einem level wird slag level 6 sein dann wird es relativ schwierig hier den slag down zu bekommen daher aber auch tight hunter wird sie komplett eingelassen gegen den punkten wir fahren beide aber tight hunter kriegt sogar mehr farm aus dieser offlane für ihn raus als dann wirklich hier gerade der punkt bekommt in der mitte ist jetzt hier doch daumen gegangen aber eine region rune kann ich direkt umdrehen und eventuell nein bottelt wieder hoch ist erstmal ok aber kein mal mehr hat er schön gemacht hier der slag dass er eben gegoat hat und zwar nicht so dass er gestorben ist sondern halt auch so dass sie hitpoints getradet haben und mit der region rune war er natürlich wesentlich weiter vorne da naja muss er jetzt hier sie muss halt noch eine minute warten auf die nächste rune und kann jetzt hier die den ice fahren er ist nicht der bottom lane scheint der farm nicht so ganz zu laufen 5 zu 2 auf den venomancer einlastet einlastet also hier kommt halt die bottom lane tatsächlich funktioniert gerade gar nicht niemand farmt außer der jerry kopf der 24 15 ist also die bottom lane läuft richtig gut hier für 0 plus 4 ist mir jetzt nicht so ganz aufgefallen weil ich dachte die wäre even aber wir bekommen ja nichts raus gott hier das ist schon sehr krass dass du einen venomancer allein auf der lane hast der gar keine lastes bringt und hat auch keine wards einsetzt um vier vielleicht positiv noch ein paar lastes raus zu bekommen gut dann bottom lane kriegen sie jetzt tatsächlich den kill hier rauf weil der shackle da ist also der titan ein bisschen zu weit vorne hat auch kein mana für die ravaging so gehabt und geht da gegen den pupner down zero ist da schön rotiert und sie kriegen jetzt hier vielleicht noch den ersten den ersten tower dadurch schöne rotation vom shadowsharm die sich richtig ausgezahlt hat und da können sie erstmal nichts gegen tun kein einziges tp von allen leuten hier drauf großer fehler von gods und der erste tower für 0 plus 4 deren strategy mit shadowsharm in der mitte sich gerade anscheinend auszuzahlen scheint schöne sache schön zu sehen so slag versucht jetzt hier in der mitte was zu machen mal gucken ob er den duck packt ah ok geht hiermit und sollte er vielleicht jetzt tun und zu spät trotz ist noch durch aber muss jetzt hier abhauen beckel wäre verfügbar aber lässt er sein nicht ganz nachvollziehen aber hat es versucht zu gehen hat aber nicht ganz gereicht hätte eventuell noch ein darkpact vorher aber das wäre auch zu weit all in das hier zu tun und naja 2-2 mit tatsächlich ein titaner der farmt am slag der farmt aber anso ansonsten niemanden der farmt auf der selten gods bin mir nicht sicher thorn wird auch einige zeit dauern Venomancer hat hier ein paar level aber sonst nichts kein gold kein gar nichts und gut natürlich hier die weg auf dem kottel wird erstmal relativ egal sein aber sie finden jetzt hier den punkt ne und kriegen tatsächlich er kriegt noch vorher den slag down das ist relativ groß tatsächlich das slag down bekommen davor und carry für carry core für core stimmt schon aber hat er die erfahrung bekommen der rest der erfahrung wurde getradet wurde halt ähnlich aber andererseits xp change ist tatsächlich eben gewesen von daher gehe ich das ganze ding auch wieder zurück versuchen jetzt hier ein bisschen zu pushen gods aber die rotations kommen Hitch ist da die wards stehen soweit aber die frage aus ob es halt reicht allerdings sind das auch schon level 3 wards die durchaus nicht zu unterschätzen ist viertel damage aber 5 von 0 plus 4 und 4 von gods hier außer slag sind alle da die frage ist halt ob alle außer slag tatsächlich reichen was hier eher nicht der fall ist Zero hat sein blink der nach minuten ach du scheiße müssen sie richtig aufpassen dass sie das vorher scouten sonst ist es ein freaky müssen jetzt hier Mitte wird gepinkt eventuell haben sie da gezeigt aber das könnte jetzt nein dachte jetzt hier die ticken zu weit draußen und wird halt direkt down genommen und so ein blinkdecker shadowscharm ist richtig übel sonst gegen supports only die in der mitte sind und naja sind halt alle supports only kriegen jetzt hier kriegt die shackles aber versuchen jetzt hier zu turnen die frage ist ob das eine gute idee ist riptide holt sich den shadowscharm ne doch ein bisschen früh ist ravage ist draußen aber stehen hier die wards drin und holen auch noch den tight hunter down die frage ist jetzt hier ja riptide ist da verfügbar zack und der letzte hit holt sich tatsächlich noch die nager 2 zu 3 hier der trade für die gods lief für die gods doch besser allerdings ja zwei supports und ein core für ein support und ein core oder technisch die zwei supports äh zwei cores aber venumenzer ist gerade absolut kein core in sachen farm eventuell versucht slark hier noch den aber hier kommen richtig viele supports äh tps und dann muss er unbedingt umdrehen gut geteilt mit seinem dark pack und dann kommt er tatsächlich schon hier weg illuminiert wäre auch da gewesen aber relativ low on mana hier die leute eventuell mal aufpassen dass sie da bisschen zurückgehen schöner dark pack einfach ein bisschen zu treuen anscheinend und trifft sie sogar nach dem punkt ne sind auch beim besonders zero halt der mit dem blink dagger halt auch schon relativ gut auf cool dann hat einfach dadurch dass die wards da ich ständig stehen feld damit findet ihr die immisruhne kann die frage ist halt ob sie scheckle reichen ja scheckle reichen naga siren hat nicht rechtzeitig geschafft zu fäden schöner pick auf hier von zero der es gefunden hat in venumenzer wird es jetzt besonders wichtig immer zero anzuschießen um seinen blinkdick auf cool dann zu halten ja tight hunter hat noch keinen blink dagger das obwohl er top of the bottom farm ist zusammen mit zero aber prinzipiell gleiches gold nur dass er eben mana boots schon gekauft hat slug farmt tight hunter farmt aerocopter farmt ist auf dem weg zu seinem bkb natürlich ja dieses mal sieht es nicht so gut für gods aus die zwar ja net worth komplett even xp ein bisschen vorteil von gods aber nicht wirklich relevant der punkt wird sein einfach dass das gods durch die ganzen wards einfach zero davon abhält zu pushen und dann hat sich immerhin schon mal der schritt der charme und der pugna nicht so 100 prozent ausgelohnt in dem song finden sie jetzt den ogamager die frage ist halt ob sie rechtzeitig schaffen da rein zu kommen zack perfekt getimt und das besiegt das schicksal des ogres die frage ist aber jetzt kommt das lich ulti rein bei uns daher und schafft es gerade so slug noch mit seinem dark back da zu kommen aber findet hier zero und schafft es nicht rechtzeitig das zu purgen und er kommt natürlich noch weg hier zu spät ein hit kriegt er noch kriegt den shadow shaman down aber nichts weiteres ist möglich ravage ist noch drin allerdings zum einen der pugna ward ist da noch zum anderen auch niemand mehr da core support gegen core and support wieder keinen richtigen bekommen allerdings ist jetzt der tower in der mitte in den nye range und da gods wissen dass sie gerade den vorteil haben könnten sie versuchen rein zu gehen pugna versucht ihn in den nye und schafft ihn tatsächlich auch dass gods da nicht einfach aufpassen können und einfach warten bis sie halt das securen das ist halt schon interessant was sie halt dachten was da passieren wird ok wir gehen zu viert in einen tower rein und da ist jemand der den nye will was machen wir naja nicht panisch den tower abschießen sondern einfach den rausholen wird nicht so schwer aber dafür hatten gods wohl gerade keine nerven tower deny dementsprechend steht es 1 zu 1 im tower aber den vorteil haben wir 0 plus 4 durch den tower deny wir haben nur noch wahrscheinlich den smoke jetzt nach unten wenn sie sich abgruppen oder generell einen und ging nach unten auf den slag der durchaus durchaus gegenseitig werden kann wenn er vor hier genau einfach vor dem dark pack gegolt wird und er hat das tatsächlich rausbekommen versucht hier zu turnen wird das wahrscheinlich schon schaffen aber kommt hier doch nicht rechtzeitig weg hat es zu lange übertrieben und ja core für core die trades sind real 9 zu 9 core für core ulti für ulti ja die frage ist jetzt ob sie den bottom tower so halten können denn das ist das was durchaus jetzt hier gods machen können können den trade verlieren aber top tower geht down und die tps kommen hier zumindest rein leiter hat aber leider noch kein tp muss es erst kaufen gehen und ist jetzt drin 2500 gold hat jetzt ein blinker gekauft kommt nicht mehr an zu seinem side job und da müssen wir auf jeden fall drauf warten denn das könnte noch so ein weiteres timing sein wo er hier wenn er hier in die alle reinspringt mit venu ulti könnte das durchaus impact haben allerdings ist slag jetzt schon wieder nach oben in die Mitte tp'd und deshalb können sie glaube ich hier nicht fighten das könnte richtig desaströs sein wenn slag hier nicht rechtzeitig nach unten kommt sollte nach unten zu tp'n aber kein zorn erstmal noch da blink der jetzt wahrscheinlich gescoutet beide warten so ein bisschen aufs timing auch schön erstmal darkpact falls der blink kommt da er gesehen wurde dass er nach oben tp'd ist nach oben gegangen ist hier durch den ward ja aber zero zieht sich zurück wollen hier definitiv kein blink ravage mit slag und illuminate drauf wirklich go on und kann ich auch zu 100% nachvollziehen 0 plus 4 hatten hier fenster wo sie gesehen haben dass das slag in die Mitte tp'd ist was ein richtiger großer fehler war und aber hatten es nicht ganz nutzen können dementsprechend zieht sie sich hier zurück ok naja kommen wir noch mal hier auf den team last was das ist doch ein bisschen auf gott's favor hoch geht tatsächlich weil sie den trade im tower bekommen haben jetzt seit diese 1500 vorteil haben und ja 1000 mxp aber das ist nichts nach 16 minuten flag wars machen ein bisschen chip damage auf den tower aber halt auch nicht so viel was hat er hier gerade ne er hat glaube ich hier drauf geschossen und dann der hat gleich sich fertig geschossen das ist jetzt aus ob dieser diese wort von hier aus hierhin schießt na gut game ist sonst wäre das hier vielleicht ein killer von lich gewesen drei leute versuchen den tower zu defen und drei leute versuchen den tower zu pushen daher given beide teams haben anti push beide teams haben push und wird das noch einige zeit hinterher kommen aber initiation ist von 0 plus 4 nicht vorhanden und auch von gods nicht da allerdings könnte jetzt die initiation kommen muss den song haben aber zu spät gale of 3 allerdings mecca ist da tps kommen auch rein aber too late gehen auch nicht weiter haben die naga gefunden und freut sich aber tight hat er mit double damage eventuell wollen sie was forcen wäre aber ohne naga vielleicht ein bisschen greedy es ist es halt so dass gott hier unten im dschungel farmen können shadow blade hat sich für slugs leute die seite nicht im pappen kann auch kein shadow blade bauen oh man so in den tower zu gehen weiß ich was lang mit dem shadow blade will hätte vielleicht sich gut hier positionieren können aber somit und versuchte den wraparound sieht hier auch keine ward was tut der hier läuft der ernsthaft vom fight weg ok na gut anscheinend von kostet nicht verhalten hatte ich jetzt irgendwie anders im hatte ich irgendwie anders gesehen und 0 plus 4 folgt ihm vielleicht ist das lag einfach nur versucht wegzulaufen und 0 plus 4 smogt ihm hinterher könnte er sehr sehr gut den space created geben den sie hier brauchen um den tower zu holen und wenn sie jetzt mit tower vorteil ankommen gott dann ist es durchaus ihre möglichkeit es nicht ganz kommen das problem ist nur was haben sie im late game ein paar ultis aber so richtig nah gefehlt hat aber 0 plus 4 haben wir auch nur den gyro in Anführungsstrichen der ja mit seinem bkb auch nicht so viel weiter gekommen ist ja doch ist jetzt fertig ne bkb fertig und dann könnte ich durchaus ein bisschen was sehen wo sie hier fighten der tower sollte auch die night werden dafür haben die black wards zu wenig damage aber immerhin tower ist down die illusions sind auch ein bisschen da aber reicht nicht ganz ja shatter shaman hat jetzt eine indusrunde gefunden song wird aktiviert gut gemacht aber zu spät für den venomancer immerhin eventuell wollen sie jetzt turnen und tatsächlich turnen sie hier den slug ein desaster eventuell für 0 plus 4 der hier reingeht und die leute herangeht mit ulti bounce durch ist das nicht richtig groß ravage ist noch drin die frage ist was zünden wollen eigentlich nicht ohne ja die bkb drin und somit geben sie hier dann doch alles ab pounce ist dran eventuell ein bisschen zu viel 3 für 4 der trade oder 3 für 3 tatsächlich dieser trade jetzt hier aber das ist die ravage ja er konnte die ravage nicht ziehen er wollte nicht den gyrocopter da da ignorieren mit der ravage hätte aber durchaus machen können dann hätte slug die rest die noch einen support bekommen und der fight wäre komplett even gewesen ravage für bkb wäre durchaus ein guter trade gewesen sterben wäre er eventuell sowieso aber hätte er eventuell tatsächlich die ravage zünden können weiß nicht in retrospec whoops und zero findet slug findet hier zero aber relativ mecker wunderschön gemacht und ein shadow blade aber tatsächlich sorgt dafür dass er hier fällt wird von der rocket verfolgt hat aber ein duckpack um den abzubrechen und außerdem fühlte sich zu weit weg rocket level 3 schon macht also einiges an damage aber wird auch relativ relativ einfach hier auch wieder auszugleichen einfach dadurch dass er sein shadow dance hat geht hier auf den spidey aber verfehlt ihn richtig knapp und nutzt das shadow blade exakt das könnte übel werden oh shit das mit einer dd rune siegelt das richtig toll das schicksal von bugner üble sache hier und die beste rune die natürlich slug finden konnte hatte bugner keine chance ja außerdem und self decrippify für zwei sekunden das hätte er noch nichts gebracht ja gotts haben jetzt hier doch ein paar trades bekommen sodass sie halt im netthrift ein bisschen vorne sind aber es ist natürlich bei weitem nichts was wirklich richtige relevanz hat da hätten sie eventuell ein go machen können mit einer g aber konnte man natürlich nicht so ganz wissen mitte wird jetzt gepusht dementsprechend venumenster ist da und death mit wards und auch ihr slug wird reingeholt und sie clean die wards relativ schnell ab hätten hier tatsächlich oh gott was ist der gyrocopter der war hier drin ok das wären das wäre tatsächlich ein zorn dass sie da nicht dass sie da keinen song gemacht hat finde ich einen richtig großen fehler hier das wäre der perfekteste song einfach wenn der gyrocopter drin ist und dann halt wirklich einen gyrocopter bursten der war da viel zu weit vorne drin nochmal gespannt ob sie im nächsten fight hier den song aggressiv nutzen wenn der gyrocopter seinen bkb anmacht aber aber ja prinzipiell warte ich noch auf einen guten song also auf einen entscheidenden song die songs waren jetzt nicht schlecht aber bisher hatte Ugo di noch mit seiner Nagel nicht so viel Impact mal schauen ob sich das ändern wird jetzt lag es tatsächlich wieder komplett drin ich weiß nicht ja er kann das halt tun mit dem shadowdance aber ja jetzt halt nicht mehr jetzt kommt der song an richtig schöne verteidigung die frage ist halt ob sie greedy genug sind da rein zu gehen tatsächlich nicht weil wo ist Lighthunter wo ist Lighthunter da oben zu weit weg das wäre wunderschöne Ravage gewesen da hätten sie definitiv reingehen können wahrscheinlich haben sie nicht wirklich gesehen wie viele da behandelt sind hätten sie wirklich gesehen dass da vier Leute auf einem Fleck wären dann hätte das durchaus sein können wir nehmen jetzt der ulti trifft 2 die geht auch direkt raus eventuell der gyrocopter muss eventuell seinen bkb annehmen vorstelle von ravage die schöne ravage trifft auch noch tmg der mit dem lich mit dem venomancer ulti coated ist und bei uns da noch gerade raus die frage ist jetzt kann er sich freigehen kann er noch was machen es sieht nicht der Fall aus kann auch diven kann diven kann diven aber sollte hier nicht zu tief gehen kriegt noch den gyrocopter und shadowblade wunderschön gemacht gerade so dass er da raus ist und können jetzt tatsächlich noch weiter diven Katastrophe für 0 plus 4 dass sie hier auf einmal so kurz überrannt werden kurzes positioning problem hier dass sie zu weit vorne war im shadow demon schon down gegangen ist bevor er seine wards sitzen konnte und slug leant hier ab ist natürlich auch gerade der der richtig großen impact hat ist richtig weit auf dem weg zu seinem shiva ähm nicht shiva skadi ist das andere mit s da könnte ihr ein problem haben wird es wahrscheinlich könnte down gehen bisschen tot geklappt aber darf nicht ganz geil auf 2 verhindert jedes vorankommen das das ist richtig weit vorne und jetzt sieht man halt schon ok slug macht den unterschied tatsächlich den unterschied den shadow charmen versucht hat so weit wie möglich einzugrenzen wird jetzt lag raus weil shadow charmen einfach nur feed ist für den slug und das wird sich mit einem bkb nicht äh das wird sich mit einem gar nicht ändern die frage ist ob das ein bkb wird glaube ich nicht auf jeden fall wird es ihm nicht so viel bringen und dementsprechend wird sich auch noch die nächste zeit nicht so viel tun da drin was eventuell hier impact haben könnte ist die crappy fab und bugner wenn er das hoch hochskillt und das zum richtigen zeitpunkt auf den um slug gefokusten hero machen kann könnte er durchaus einen impact haben aber je nachdem wie die ravages sitzen wenn sie das durchaus probleme machen nun gut das sitzt die nahe ist man hat nur den gyrocopter der vorne ist der rest ist halt richtig weit zurück und das sind auch schon zwei leute die von gotts vorne sind das lag muss sie wieder abbauen das endlich was stehen sehr sehr gut für den 0 plus 4 und warten halt wirklich setzen schöne traps für ihn aber bisher kam er da immer mit schnellen fingern weg solch der perfekte lockdown war halt noch nicht ganz vorhanden tja gotts pushen weiter so viel anderes gibt es gerade auch nichts zu sagen das lag wird fett klar hat sind es gar nicht fertig läuft er hier mal wieder in leute rein schöner blink haben sie ihn hier gesehen nicht so ganz aber er kommt anscheinend nicht da raus und schade knapp weggekommen schade knapp weggekommen er macht von zero allerdings auch ein bisschen weiß ich glaube er hatte dann paar möglichkeiten heraus zu kommen wenn ich sicher wie groß das dann log ist immerhin space created haben wir den tower dafür bekommen aber die night world sehen wir noch schöner song aber und ist hier zu unterbrochen Und jetzt, eventuell mit den drei zusammen, könnten sie go'n. Allerdings ne, wollte die Titan da mal wieder nicht reinkommen. Wenn die Rocket kommt hier, könnte eventuell dafür sorgen, dass sie hier, ne, besser so für 0 plus 4, da wären sie hier richtig große Falle reingelaufen. Und hier muss tatsächlich Venomance erholt den Litzchen auch auf dem Rücktritt, und das ohne sein Ulti. Okay, also die Blackboards machen da richtig viel Impact hier gerade. Slug ist noch down, aber dann können sie auch so langsam mal hinkommen. Weil, es sind immer noch ein Keeper of the Light, der gutet, jetzt dauert es noch ein bisschen, aber in 24 Sekunden kann er auch wieder den Slug ranholen. Und dann können sie durchaus weiterkämpfen. Können die auch eventuell noch den Toptau holen, oder halt Roschan, je nachdem, was sie demnächst tun wollen. Allerdings, so in der Eges auf Slug wäre gerade eine der besseren Sachen, die sie bekommen können. Einfach, dass er dann weiterhin solche Dinge machen kann. Ja, nein, wir müssen schon hier raus, okay. Pfff, Scheiße. Und wir gerade so raus, Stickcharges sind noch vorhanden. Stickcharges kann er sich gerade noch benutzen. Versucht hier hochzubotteln, ohne Ende, aber schafft es wieder nicht. Ja, und Slug für einen Gyrocopter, absolut nicht wert hier. Kein Tor da drauf. Slug fängt an zu feeden. Das ist normalerweise die Zeit, wo das Team unbedingt... Hä? Er sollte aufhören, sein Chatfilter zu benutzen. wo Slug halt unbedingt von seinem Team einen auf den Kopf geben soll. Und hier, äh, Leute, hier, konzentrier dich, hör auf zu feeden. Sonst geben sie das Team sehr schnell ab, denn Slug ist gerade der einzige, der Solo-Kids machen kann und wirklich Zero plus Four hier drinnen halten kann. Und Slug, können sie durchaus kämpfen. Durchaus feeden. Das können sie auch. Na ja, Siren ist hier alleine und findet hier niemanden, aber könnte auch noch nicht wirklich viel machen. Slug ist wieder tot, Zero plus Four kann wieder aus der Base rauskommen. Und... Ja, das sollten sie auf jeden Fall dem nächsten Jahriges angehen. Oben Druck machen, mit dem Titan da beispielsweise. Dann zum Roche-Bit gehen, Titan da wartet, bis der Rest hochkommt und dann holen sie ihn schön runter. Ist jetzt auch schon der Fall, allerdings... Oh, okay, Tower-Hits reicht noch nicht. Slug ist jetzt wieder drin. Hat jetzt tatsächlich den Puten im Puten. Das ist richtig bitter. Der direkt auch gebürstet wird. Na ja, nicht ganz. Song muss angemacht werden, tatsächlich. Reicht nicht ganz. Und Naga ist zu weit hinten. Hätte richtig übel können, aber auch schönes Illuminate. Die Frage ist halt jetzt, Titan ist ja leider schon tot. Bin es Venom-Ulti, aber dafür bezahlt auch Venom wenn sie mit seinem Leben. Aber auch wahrscheinlich Lich down damit. Zero hält hier auch noch die Naga-Siren da. Gyrocopter kommt von hinten. Er lehnt richtig Haus. Slug ist jetzt noch drin und wird wie Slug halt so ist erstmal hier reingehen. Tatsächlich holt er den Gyrocopter noch, aber Oh, schöner Blink. Aber das war auch desaströs für die Gods hier. Es sieht auch irgendwie Ich hab nicht ganz gesehen, wie der Titan da gestorben ist direkt am Anfang. Aber richtig schön gebürstet und desaströs dafür. In den XP-Change einiges und auch an Gold einiges wie Zero plus vier ist da doch rausgekommen. 4 zu 3 der Trade. Und dass der Impact, den Slug hat, fängt auch schon langsam an nachzulassen. Sie gesehen, ist Highcrunt gegangen. Musste halt auch direkt wieder rausgehen. War kein Impact vorhanden. Haben sie jetzt hier einen Gem? Nein, haben wir noch keinen Gem. Ja, ein schönes Ghost-Step da, was er das Schlimmste verhindert. Das Ghost-Step ist jetzt gleich zu Ende, aber auch Slug ist jetzt hier gleich rum und ja, tut es gut, hier einfach wegzugehen. Sonst feedet er da auch weiter rein. Muss ich halt auf jeden Fall aufpassen. Klar, das ist halt relativ gut, dass er da ein Go macht, aber muss halt auch aufpassen, dass er nicht in 5 wieder reingeht und stirbt, weil sonst können Ghosts ganz, ganz viel weniger nichts tun. Ja, Titan hat jetzt tatsächlich sogar mehr Farben als das lag, aber natürlich wesentlich weniger Kilt. Muss man natürlich auch sagen. Da Titan hat sich bisher gegönnt, ja den Force-Step, sonst hätte er durchaus noch ja, sonst hätte er schon seine Refusher, aber das dauert noch ein bisschen, ist aber auf dem Weg. Und zwar jetzt. Perfekter Zeitpunkt, um Wash zu machen. Double Ravage online und das wird schwierig zu kontexten von Zero plus 4. Schauen Sie, ja, Sie smoken jetzt hier los. Zero ist da vorne und versucht noch so ein bisschen mitzugehen, aber das könnten sie dadurch halt auch merken. Wird eigentlich noch nicht los, aber muss jetzt hier los. Pings kommen raus, Supports gehen auch schon aus dem Pit raus. Und Sie sehen hier all jeden. Eventuell könnte man hier einen Song machen, aber schöne Ravage und gleichzeitig ist der Song und gleichzeitig ist das Vene-Ulti ins Nichts. Katastrophe für Gods hier, die sich unbedingt jetzt zurückziehen müssen und damit den Broschen aufgeben. Was eine Katastrophe. Oh Gott, da kommen die Rage-Pings raus. Das war ein katastrophaler Song und Double Ravage geht jetzt hier los, versuchen wir irgendwas zu machen, finden jetzt hier immerhin den Taitanter geht down dafür, dass sie einen Gyrocopter finden. Die Frage ist halt, ob Slug jetzt hier ausreicht, um da jetzt reinzugehen und den Rest zu cleanen. Triple Multicast, man kann es machen. Purge jetzt hier, soweit es geht, alles runter, aber finde ich halt auch noch den Punkt, Und eventuell noch mehr. Das ist tatsächlich auch der Ward von dem Radiant, dann finden sie den. Katastrophe abgewehrt, hätte schlimmer sein können. Aber was für ein Fight hier. Alles benutzt, wir sind hier alle Ultisten raus, Double Ravage, drei Illuminates hat eng geschlagen, hat einiges, Keep of the Light hat die meisten Damage-Phase gemacht und trotzdem, klar, immerhin Double Ravage. Das Problem ist, jetzt haben sie das nicht mehr, deshalb müssen sie jetzt halt schnell Rorschauern machen, während es noch geht. wird aber hier wahrscheinlich fallen. Nächster Smoke rein, Oga-Magier und Zero alleine und der nächste DP kommt rein, aber es ist schon zu wert. Basher ist die nächste Wahl vom Slark. Finden hier allerdings ungemehrt, ja, das ist natürlich, ja, whoops. Schön schnell, dass er es gemacht hat, aber Gale ist draußen, Frage ist jetzt, ob hier mehr kommt. Slark ist voll drin, hat die Hege, das wird sie natürlich komplett benutzen, um hier sich quasi reinzufieden. Luminate trifft wieder, Gyro Copter ist fast down, Gyro Copter geht jetzt down, Pounds ist gleich wieder ready und Triple Kill für den Slark, jetzt hier richtig aufräumt und trotzdem Todeswunsch immer noch die Hege besitzt. Das ist mich doch sehr überrascht, aber wenn man gut im Leben gehalten, hat gut regeneraten können. Slarkpekt hilft ihm doch ganz gut dabei. Ghostceptor ist mir wieder an, aber es hilft nichts, Pugner wird jetzt hier down genommen. Kann nicht ganz retten, einiges sind damage hier auch vom Shadow Charm, aber hilft nichts ganz und Disconnect von Urgermager. Der ist zwar noch tot, aber trotzdem bitter. Wenn jetzt beide Teams sich nochmal ein bisschen konzentrieren, was hier alles allerdings losgeht, Gipfel der Light konnte sich in Lowgrunt retten, wird jetzt mit der Urne sich erstmal hochrecken, Venomancer ist low, aber kommt noch ein Tower Schuss, wird das Ganze allerdings auch überleben. Buyback vom Pugner weiß ich nicht, wie effektiv das sein wird, besonders mit der Aegis vom Slark, aber die Wards hier könnte mir noch benutzt werden, um die Racks noch ein bisschen zu sichern, aber wir werden sehen, was passiert, wenn die Pause weitergeht. Also, Grafenzeit, Grafenzeit sagen, dass Gorts vorne ist und XP und ein Goldwert ist gedacht, aber Reconnect könnte man die Items durchgehen, aber die sind relativ groß vorhanden für Gorts, relativ gut vorhanden für Zero Plus 4, aber wir schauen, was passieren wird. So, Venomancer überlebt das Ganze, Tipeet auch raus, sinnvoll, es lag noch ein paar Worts von denen mit und rennt dann aber auch davon. Aegis muss man auch nicht ganz ab... äh... nicht ganz wegwerfen. Agenimmst für Venomancer. Da geht man wieder rein, aber... man hat ja auch schon von den Creeps angehittet. Okay. Jetzt hier wohl eine Ward, die aber irgendwie nicht ganz sicher, ob der überhaupt den Last Hit bekommen hat, genau dann ausgetimt ist. Nun gut, alle Leute sind wieder da, back to the start. Die Frage ist halt auch nur, inwieweit... Also Slug mit zwei Leben wird, glaube ich, komplett das Genick brechen von Zero Plus 4. Der Slug halt schon die Plays macht, aber auch die Feeds macht. Und wenn er jetzt einen Feed machen kann, ohne dafür Probleme zu bekommen, dann ist es durchaus das, was hier durchaus Gorts retten könnte. Äh, Zero Plus 4 retten könnte. Hier an sich versucht auch sein Bestes. Hat wahrscheinlich sein Eingehems gleich, also hätte es jetzt fertig, aber würde gerne auch einen Buyback haben, was durchaus wichtig ist. Der Weg ist vorhanden, aber braucht auch noch 1000. Allerdings wird jetzt hier die Gyro, habt ihr gefunden, das ist bitter. Stirbt instant. Song wird angemacht. Warum auch immer. Ja, weil, äh, Slug, oh, eine Ravage auf 3, oh Gott, und Double Ravage, kein Mana, jetzt Ravage. Wurde geblockt. Und 5 Leute down, das könnte das GG sein hier. Triple Multicast, macht Damage, aber Ultra Kill für den Slug, den ich meine seiner Eges verloren hat. Buyback von Shadowshame, Buyback von Uga Magi. Mas, Buybacks kommen raus, aber Outs gehen so schnell wie möglich für die Bottom Lane. Ja, also so halbschnell wie möglich, klar. Naga kann gerade nicht so viel machen, um da reinzugehen. Und Slug ist wieder vorne dabei, 19 Charges. Schöne Trap, allerdings haben wir noch einen Force Staff, den er dann auch so langsam benutzen kann. Slug ist dann getrapped, aber kann natürlich auch einfach weitergehen hier. Wird jetzt seine Eges benutzen, aber Zero ist, naja, oh nein, Venogale. Sorgt dafür, dass er nicht blinken kann, aber das hat der Slug wohl nicht ganz mitbekommen. Das wäre da glaube ich definitiv der erste gewesen, der da hinterher springt. Wenn man hier trifft, jetzt muss Slug allerdings aufpassen, aber kriegt gerade so neuen Shadow Dance raus und nimmt das zweite Mal Affinijiro auseinander. Viel zu viel formt, benutzt, wenn man jetzt benutzt, sein schönes Arganims-Ulti auf Zero alleine, aber der wird wahrscheinlich dann, ja, der wird auch fallen. kriegt sogar Leben hier zurück von Osiris, aber Slug ist drin, Slug ist back und guckt da sehr, dass er alle down bekommt. Triple kill für Slug und das ist ziemlich wahrscheinlich das Spiel hier. Lanker pusht die Mitte, der Rest von Gods pusht Bottom Lane, Bottom Racks sind down, Mid Racks sind unter Beschuss. Tower ist jetzt auch down, somit können Gods hier direkt nach oben nach oben rotaten, Middle Racks sind down und ich glaube oder ich weiß, dass es das Spiel Zero sagt, GG, well played. Schön ausgehalten für Zero plus 4, aber der Slug weiter doch gefarmt hat, war hier zu viel für Zero plus 4. Allerdings muss man auch sagen, schönes Spiel von Gods, die hier mehr Objective-Based Gaming gezeigt haben als im ersten Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Wunderbar. Das war das zweite, äh, Game 2 zwischen Gods und Zero plus 4 in der Slug Think Fast Raze League Gruppenphase am ersten Tag in der Gruppe B. Gods, Zero plus 4, somit zwei Punkte für Gods, die sich damit jetzt erstmal auf den ersten oder zweiten Platz katapultiert haben und wenn sie so weitermachen, vielleicht einen Slot in den Playoffs haben. Ich bin Sisters und Dota und jetzt hieß es hier weiter mit dem Spiel 3D Max gegen Sensei eSports. Stay tuned. Und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.